Hallo Leute, hier ist der Stefan von Outdoor Kimga. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um mich für euch zu verabschieden, falls es wirklich soweit kommen sollte, denn ab 17.02. ab Samstag gilt der Digital Service Act in Deutschland. Und damit sind quasi nur noch gewisse Meinungen legitim und alle anderen sind illegitim. Deswegen schreibt zum Beispiel wunderbar die Berliner Zeitung den Artikel, wenn wir uns anschauen, ein ehemaliger Richter warnt, Meinungsfreiheit in der EU in akuter Gefahr. Wir haben das auch schon erlebt, denn dieser Terry Bretton, das ist also der Digitalminister von der EU, der hat eben schon Drohbriefe an Twitter geschrieben, an Facebook, an sonstige. Tja, das heikle Machtverständnis des Terry Bretton. Das ist der Mann, der in Zukunft entscheidet, was wir zu denken haben. Ich meine, wir Deutschen kennen das ja, wir hatten das ja schon in den 30er Jahren, da hat ein Dr. Goebbels gesagt, das ist wahr, das ist nicht wahr. Wir hatten es bis in die 90er Jahre in Teilen Deutschlands, da hat ein Herr Erich H. gesagt, das ist wahr, das ist nicht wahr. Und in Zukunft haben wir das halt wieder, dann ist es dieser Herr, der Terry Bretton, der dann sagt, das ist wahr und das ist nicht wahr. Und alles Unwahre wird gelöscht und die Kanäle werden dann natürlich nach drei Strikes auch gelöscht. Was dabei besonders schlimm ist, zum Beispiel ein Satz, dass Plattformen mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern zusammenarbeiten. Da stellt sich für mich die Frage, wer ist denn vertrauenswürdig? Ist das zum Beispiel korrektiv? Kann also korrektiv in Zukunft, wenn jemand etwas aufdeckt, was bei denen schiefgelaufen ist, wie beim letzten Mal, dann können die einfach sagen, das ist Desinformation und damit muss es zum Beispiel YouTube das Video löschen und wenn sie das löschen, kriegst du einen Strikes und bei drei Strikes, hurra, die Gams, bist du einfach weg. Das ist es, was uns ab 17.02. erwarten könnte. Ich sage jetzt mal könnte, wir wissen nicht, wie es umgesetzt wird, aber die Möglichkeit besteht. Und wenn dich das interessiert, und das sollte es definitiv, Freunde, denn das bestimmt die nächsten Jahre, dann bleib einfach dran. Das geht's! So Leute, schauen wir uns diesen mehr als beachtenswerten Artikel in der Berliner Zeitung an, eines ehemaligen Richters, der eben warnt, dass die Meinungsfreiheit in akuter Gefahr ist. Eine neue EU-Regel bedroht die Grundrechte. Meinungen, die der Regierung unangenehm sind, können rechtswidrig sein. Mit unabsehbaren Folgen für Kritiker. Das heißt, es muss nicht mehr rechtswidrig sein, es reicht, wenn die Song ist, ist rechtswidrig. Der Digital Service Act tritt am 17. Februar in vollem Umfang in Deutschland in Kraft. An der öffentlichen Wahrnehmung vorbei soll vorher nach der Bundestag das an den DSA konkretisierte, also DSA ist Digital Service Act, konkretisierte digitale Dienstegesetz beschlossen werden. Das Gesetz aber ist ein trojanisches Pferd. Es trägt eine Fassade zur Schau, die demokratischen Grundsätze zu achten. So verkündete die Europäische Konvention, mit dem DSA sollen strenge Regeln zur wahren europäischer Werte festgeschrieben werden. Ist halt nur die Frage, wer entscheidet, was denn die europäischen Werte sind oder nicht? Direkt bestimmt Artikel 1 des DSA, jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Schön. Hinter dieser rechtsstaatlichen Fassade geschieht jedoch genau das Gegenteil. Es ereignet sich ein Angriff auf die verfassungsmäßige Ordnung, der weitgehend unbemerkt bleibt, wahrscheinlich aufgrund der hohen Komplexität der Materie. Und da hat er zu 100% Recht. Ich meine, er kann das wesentlich besser übersehen wie mir. Er war jahrelang Richter. Der DSA eröffnet die Möglichkeit, auch nichts rechtswidrige Eintragungen auf sehr großen Plattformen, ab 45 Millionen Nutzer, gilt übrigens genauso für Suchdienste wie Google etc. Alles, was über 45 Millionen Nutzer, aber das sind eigentlich alle großen Plattformen, als löschungspflichtig zu erklären. In der zur Auslegung des DSA heranzusehen Erwägungsgründen wird säuberlich zwischen der Verbreitung rechtswidriger und anderweitig schädlicher Information unterschieden. Also es muss nicht mehr rechtswidrig sein. Es gelang schon, wenn vor zwei Jahren jemand gesagt hat, Leute, pass auf, wenn du dich zum Beispiel sumpfen lässt, dann könnte es auch Nebenwirkungen haben. Das war eine schädliche Information damals. Und jetzt haben sie eben die Möglichkeit, diese einfach löschen zu lassen. Dass die im Nachgang sich als wahr daraus gestellt hat, interessiert hierbei gar nicht mehr. Wird dann hier nochmal geschrieben, zur Verbreitung, Verstärkung nur irreführender oder täuschender Inhalter einschließlich Desinformation genutzt werden können. Und wie gesagt, was Desinformation ist, entscheidet in Zukunft ein EU-Kommissar. Das Wahrheitsministerium. Es gibt dann sogar noch die nachteiligen Auswirkungen. Es ist unfassbar, weil das ist so weit gefasster Begriff, da kann alles reinfallen. Was du sagst, was geht, dass die Energiewende nicht funktioniert. Du berechnest das auch noch. Das ist eine nachteilige Auswirkung für keine Ahnung, was auch immer. Und damit Strike. Bei einer Einstufung als rechtswidrig drohen soziale Konsequenzen. Die Kommission hat schon 2018 klargestellt, dass Desinformation unter anderem solche sind, die öffentlichen Schaden anrichten könnten. Haben wir im bösen Zeh gesehen, haben wir bei der Flüchtlingskrise gesehen. All diese Dinge, wo man nicht sagen darf, was sich zwar im Nachgang oft als wahr ausgestellt hat, das sind jetzt öffentliche Schäden. Und der öffentlichen Schaden sei Bedrohung für die demokratisch-politischen Prozesse. Also zum Beispiel, du sagst etwas gegen die Grünen. Mehr so politischer Prozess, weil du könntest ja Wahlen damit beeinflussen. Die politische Entscheidungsfindung, sowie für öffentliche Gute wie den Schutz der Gesundheit. Da haben wir es wieder. Denkt mal zwei Jahre zurück. Der Umwelt. Der Umwelt. Freunde, Klima über alles. Was, der rechnet aus, dass die Klimawende gar nicht funktioniert in Deutschland. Ja, das ist ja eine Bedrohung für die Umwelt. Lösch mal. Es kann kein Zweifel unterliegen, dass falsche Irre führen oder gar unbequeme Eintragungen nicht rechtswidrig sein müssen. Also ich habe nach Grundgesetz jedes Recht, das zu sagen. Aber nach EU-Gesetz dann nicht mehr, Freunde. Dennoch können sie auf Grundlage der DSA jederzeit als rechtswidrig erklärt werden. Also du hast etwas Unbequemes gesagt. Ist rechtswidrig. Löschen. Fertig. Das Maß, an dem die Beurteilung als Desinformation ausgerichtet ist, wird von der Europäischen Kommission gesetzt. Das sagt nicht ich. Das sagt ein ehemaliger Richter, der das wesentlich besser durchblickt. Dass aber heute aus politisch unliebsamen Meinungen, ja wissenschaftlich argumentierte Position gelöscht werden können. Also die Wahrheit darf gelöscht werden. Und nicht nur das, bei einer Einstufung als rechtswidrig drohen soziale Konsequenzen. Eine Konsequenz bedeutet das für den Bürger, dass er sich selbst einer inneren Vorzinswurter wirft. Er wird dazu gedrängt, seine Mitteilung an die Plattform an dem auszurichten, was in der aktuellen politischen Meinungskurridor passt. Es wird das Risiko immer tenter sozialer Nachteile nicht eingehen. Ganz klar, Freunde, überlegt es mal. Mein Kanal wird gelöscht. Meine ganze Existenzgrundlage ist damit beim Teufel. Das heißt, ich muss mir sehr genau überlegen, was sage ich dann noch oder was sage ich dann nicht. Und wenn ich irgendwas sage, was bringt es denn großartig? Das Video wird dann sofort gelöscht, vielleicht noch bevor es ausgestrahlt wird. Mein Kanal ist weg. Ja, super. Das heißt, egal was du machst. Es gibt da nur noch diese eine Meinung. Betreutes Denken wird eingepflanzt. Mit dem in der DSA äußerst vageformulierten Generalklausel wird auf diese Weise eine indirekte Zensur ausgeübt. Und genau das ist die Quintessenz aus dem Ganzen. Das sind großgefasste Klauseln, die ausgelegt werden, wie es denjenigen gerade passt. Und das ist unfassbar, Freunde, was hier gerade passiert. Und warum machen die Plattformen das ganz einfach? Weil sie dazu gezwungen werden. Die Überwachungsverpflichtung aller Akteure ist präventiv angelegt. Es wird ein sogenanntes Overblocking kommen. Also es wird noch mehr geblockt, als eigentlich geblockt werden müsste. Sogenanntes Overblocking werden die Plattformen wegen der für zu Wiederhandlung angedrohten Geldbuße und Zwangsgelde in der Spitze bis zu 6% des weltweiten Jahresumsatzes im vergangenen Jahr rein aus wirtschaftlichen Erwägungen praktizieren. Das bedeutet, im Fall von YouTube sind es bis zu 480 Millionen Euro Strafe, die die bezahlen müssen. Und dann sagt natürlich YouTube, ja lieber Autor Kimgau, ich weiß, du hast zwar vielleicht recht, aber du bist mir keine 480 Millionen Euro wert. Kann ich zu 100% nachvollziehen. Also werden die lieber, bevor die so eine Strafe kriegen, noch mehr blocken, als eigentlich geblockt werden müssen. Einfach aus Sicherheitsgröße, damit sie nie 480 Millionen Euro zahlen müssen. Das ist der ganze Hintergrund. Der Generalanwalt der EU weist zutreffend darauf hin, dass vorbeugende Informationskontrolle im Ergebnis das Recht auf die prinzipiell unbeschränkte Meinungs- und Informationsfreiheit aufheben. Leute, genau das ist es. Das wird unser Problem. Das ist kein Spaß mehr. Das ist jetzt mittlerweile purer Ernst. Wenn in den nächsten Wochen ein Haufen Kanäle verschwinden, dann wisst ihr warum. Weil das Schlimme ist ja das. Jetzt kommt dieser EU-Kommissar und sagt plötzlich, ja keine Ahnung, wer, was weiß ich. Ja, zum Beispiel, wer irgendetwas gegen die Energiewende sagt, zack, dann schaut natürlich YouTube auf meinem Kanal. Da gibt es jetzt mehr als drei Videos, die über dieses Thema sprechen. Wissenschaftlich belegt. Alles mathematisch nachgerechnet. Völlig egal. Es ist jetzt die Unwahrheit. Und ich habe meine drei Streiks und bin weg. Von heute auf morgen. Genau dieses Risiko droht momentan tausenden von Kanälen hier auf YouTube in Europa. Unfucking fassbar. Vielleicht kommen wir nochmal auf einen Punkt, der mich besonders trifft. Da steht eben die Auswirkung des Gesetzes über digitale Dienste auf digitalen Plattformen von der Europäischen Kommission. Mechanismen, mit denen Nutzer solche Inhalte kennzeichnen können und dass Plattformen mit vertrauenswürdigen Hinweisgebern zusammenarbeiten. Meine Leute, wir haben doch das jetzt gerade gemerkt, wie das jetzt mit Korrektiv war. Die haben irgendetwas rausgegangen. Andere haben das Ganze noch verstärkt und im Nachgang stellt sich raus. Es war überhaupt nicht so. Mittlerweile gibt es ja jetzt mehrere Anzeigen. Sieben Leute haben eine staatliche Versicherung abgegeben. Das ist nicht so wahr, wie Korrektiv das gesagt hat. Ich bin mir echt gespannt, was bei dieser Gerichtsverhandlung rauskommt. Aber in Zukunft kommt halt sowas gar nicht mehr auf. Weil sobald ich ein Video darüber mache oder auch meine Kolleginnen, das haben ja alle gemacht. Vom Achtung, Reichel, Chrissy, Rieger, Olli, Dominik Kettner, wie sie alle heißen. Das hat ja jeder Aktien mit Kopf, der Kall ja. Das haben ja alle so Videos gemacht. Und die kann in Zukunft dann korrektiv, weil es ja ein vertrauenswürdiger Hinweisgeber ist, einfach sagen, das stimmt nicht. Und damit müssen die das löschen. Und wir bekommen einen Strike. Strike three! You're out! Ich zeige euch übrigens ein paar Beispiele, dass das also auch schon passiert ist oder was der Ursprung war. EU-Kommission nutzt Unruhen in Frankreich, um nach noch mehr Zinsur zu rufen. Es ging damals darum, EU-Kommissar Terry Bretton hat Big Tech-Unternehmen, also wie YouTube etc. dafür kritisiert, dass sie der Öffentlichkeit einige Informationen über die jüngsten Unruhen in Frankreich, es ging damals um die Gelbwesten-Proteste, zugänglich gemacht haben. Bretton war auf den sozialen Medienplattformen vor, nicht genug zu tun, um Beiträge zu französischen Unruhen zu zensieren. Zu zensieren! Freunde, wenn in Zukunft Bauernproteste haben, der wird es nicht mehr mitbekommen, weil keiner mehr darüber berichten darf, weil diese Videos dann gelöscht werden. Genau das ist es, was dieser Dr. Goebbels neu sagen möchte. Das gleiche schreibt auch Blumberg. Bretton sagt, dass die Sozialmedien bei den Unruhen in Frankreich nicht genug zur Moderation beigetragen haben. EU-Kommissar warnt mit neuem Gesetz Verbußgeldern und Sperren. Von Sperren habe ich jetzt nichts gelesen, aber bei 480 Millionen ist das ja nicht viel anders. Da wird keiner dieses Risiko eingehen. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und darauf steuern wir gerade zu am 17.02. Ein weiteres Beispiel, was also jetzt tatsächlich schon passiert ist, das heikle Machtverständnis des Terry Bretton. Die Hamas hat Bilder ihrer Grollentaten in Israel auf soziale Plattformen verbreitet. Daraufhin drohte EU-Kommissar Terry Bretton den Netzwerken und stützte sich auf den Digital Service Act, der zu dem Zeitpunkt in vielen Ländern noch gar nicht gegolten hat. Experten zeigen sich über Bretons eigene Interpretation des EU-Gesetzes beunruhigt. Er hat es mit keinem abgesprochen. Der hat schlichtweg hier diesen Brief geschrieben. Sehr geehrter Herr Zuckerberg, angesichts einer Reihe gravierender aktuellen Entwicklungen möchte ich an die genaue Verpflichtung zur Inhaltsmoderation gemäß EU-Gesetz erinnern. Vielleicht ganz unten. Ich möchte Sie daran erinnern, dass nach der Einleitung einer möglichen Untersuchung und der Feststellung einer Nicht-Einhaltung Strafen verhängt werden können. Er droht den Plattformen mit massiven Strafen. Das ist der absolute Oberhammer, Freunde. Dazu heißt es tatsächlich bei der EU-Kommission, die Arbeit der Kommission als Vollstrecker hat begonnen. Die Arbeit der Kommission als Vollstrecker hat begonnen. Da fällt dir einfach nichts mehr ein. Überlegen wir uns doch mal ein simples Beispiel. Das ist keine zwei Jahre her. Da hat uns ein Herr so wieder immer erklärt, es gibt eine Inzidenz für Ungesimpfte. Und zwar war die irgendwie 110 zu 1500. Faktor 15 oder sowas. Dann kam der kleine Autor Kimgaard und hat mal nachgeschaut. In Schottland beim dortigen RKI ist der Faktor aber nur 1,5. Da kann doch etwas nicht stimmen. Kurz darauf hat Welt dann darüber berichtet, dass, wenn wir in Deutschland 100 positiv waren, wir eigentlich nur von 30 wussten, ob die tatsächlich gesumpft waren oder nicht gesumpft. Und von den 70, die wir es nicht wussten, die waren plötzlich alles Ungesumpfte. So hast du plötzlich von einem Verhältnis 12 zu 18, Faktor 1,5, plötzlich ein Verhältnis von 12 zu 88. Genau das ist passiert. Und wenn du in Zukunft darüber berichtest oder sowas aufdeckst, wie sieht es denn dann aus? Wenn einem Herrn EU-Kommissar das nicht gefällt, hätte einem Herrn Dr. Göppels damals auch nicht gefallen. Oder einem Erich Honigker, wenn sowas aufgedeckt worden wäre. Was ist dann, Freunde? Das ist echt die große Frage. Für uns gut, wir brauchen selber nicht mehr denken. Es kommt das betreute Denken. Einer entscheidet, was wahr ist und was nicht. Der hat vielleicht 1984 nicht als Buch, nicht als Warnung verstanden, sondern als Anleitung, wie man es machen könnte. Ich kann es leider nicht mehr anders sagen. Wir kommen auf dunkle Zeiten zu. Die Demokratie stirbt gerade aus von Leuten, die sich für die Demokratie offiziell einsetzen und genau das Gegenteil damit erreichen. Die wollen nur ihre eigene Macht stärken. Nur sie haben das Sagen. Und wir müssen denken, was die uns vorgeben. Schöne neue Welt. Bis zum nächsten Video. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Servus.